Let's go! Arbeiten im Kreisspital Muri heisst für mich arbeiten in einem tollen Team. Ich kann ja viel von meinen Kolleginnen und Kollegen lernen. Wir tauschen uns gegenseitig aus und helfen miteinander. Für unser Pflegteam suchen wir eine engagierte und sympathische Verstärkung. Bei uns auf der Station gibt es ganz unterschiedliche Patienten. Von Patienten mit einem Armbruch bis Patienten mit ökologischen Problemen. Für mich heisst es, dass ich ein ganz breites Fachwissen aufbauen kann und dadurch mich auch besser entscheiden kann, wo ich mich nachher specialisieren möchte. Im Spital Muri sind Dienstwagen kurz. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist essentiell. Das heisst, dass der Pflegedienst beteiligt ist, Physiotherapie beteiligt, Ergotherapie und der ärztliche Dienst. Alle Beteiligten sind gleichwertig. Da gibt es keine Priorität für den einen oder für den anderen. Jeder hat seine Funktion. Es ist ein rege Austausch zwischen Pflege und Ärzten. Es ist ein kleines Haus, aber umso mehr kennt man einander und wir schätzen einander. Die Zusammenarbeit ist sehr gut. Mir gefällt die Lage. Man ist gleich draussen in der Natur, wo der Wind oft geht. Da fühle ich mich wie zu Hause und da kann ich mich in der Freizeit super erholen. Im Spital Muri herrscht eine familiäre Atmosphäre. Zum Mittag treffen sich Ärzte, Pflegende und Reinigungsfachpersonen an einem Tisch. Neben angeregten Diskussionen gibt es auch immer wieder etwas zu lachen. Die Stationsleitungen schauen darauf, dass wir Ruhezeiten und Vorschriften anhand des Arbeitsgesetzes einhalten. Beim Sport finde ich die Ausgleich zu meiner Arbeit. Hier kann ich neue Energie tanken.